Willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 4 Thieves End und wir ziehen jetzt jemand an der Glocke. Okay, haben wir weggestrichen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich guck nochmal. Ah, okay. Den sehen wir ja da unten schon. Oh, nicht fallen. Oh, Gott. Oder springen. Nee, komm. Puna? Boah, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Alter Schöner. Gott, wir leben noch. Und weiter geht's, der Mensch. Jetzt hat er geklappt. Jetzt der Löwe, okay. Dann müssen wir wieder da hoch. Okay. Hoch da. Löwe hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war Skorpion und da drüben ist Stier und... Ah, da ist Löwe, okay. Jetzt komm, geh da rüber. Endlich. Ach, wir fallen hier aber auch wirklich fast überall runter. Jetzt komm auch... Schnell schaffen. Ich hatte mal was mit einer, die bei Löwe. Okay, hier ist der Vorstellpsel. Der letzte, und den seh ich doch schon da oben. Ruf da. Die Notizen brauchen wir nicht. Müssen wir jetzt ernsthaft einmal rum? Okay. Runter. Mein Gott. Okay, jetzt wird es echt kompliziert. Also einmal rumzittern. Okay, alles klar. Hey, Sully, was von Sam gehört? Oh, hey. Hey, halt, ihm geht es bestimmt gut. Und es ist bloß ein Akku leer. Ja, das wird schon noch. Hm, die schlimmsten. Danke. Hey, das war's. Oh Gott, sieht ja gar nicht wackelig aus. Schnell hier hoch. Wie gigantisch auch dieser Turm ist. Verdammt. Es ist so schnell zu klettern. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, wie kommen wir denn weiter hoch? Da nicht lang. Ah, okay. Hier. Sehr gut. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir müssen noch höher. Geh hoch. Ich kann nicht an der Uhr zählen. Geh hoch. Ja, okay. Ist man hier raus? Ja, wir müssen hier raus. Okay, ich glaub, ich hab's verstanden. Wunden wir da rein? Muss man jetzt die Uhr verstellen? Nein, dran. So, ist gut. Und jetzt können wir da entlang klettern. Okay, der war jetzt nicht so stabil. Der ganze Turm scheint mir nicht sonderlich stabil zu sein. Aber wir leben noch. Okay. Ah, da können wir tatsächlich fahren. Ja, wir haben was bis ganz nach oben geschafft. Einmal die Übersicht von hier genießen. Mein Gott. Schon gigantisch. Ob er das mal gehört hat? Wir zweifeln das hier. Nein. Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Oh nein. Sieh sie wohl selbst, Leute. Oh nein. Wir müssen da dran springen. Okay, los geht's. Ne, in eine Richtung. So. Jetzt komm. Aber wir leben noch. Ich muss auch. Ach nee, wir mussten hoch. Oh Gott. Ja, das hab ich jetzt vergessen. Ah, Mann. Okay. Los, los, los. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Komm. Nein, Gott. Wir leben noch. Heilige Scheiße. Verdammt noch mal. Hey, Son. Oh, scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht das natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Schau. Meine Güte. Und das hat keiner hier in dem Dorf mitbekommen, oder was? Das muss laut gewesen sein, wie Sully schon sagte. Gut. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Bis dennne. Ciao. Bis dennne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020